Wow! Alarm! Nö, 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 nö! Nicht auf mich! Wieso denn auf mich? Ja, in der letzten Woche haben wir World of Warships gezockt. Schöne Matches gegeneinander, miteinander. Und dazu gibt es jetzt eine kleine Zusammenfassung, den Best of aus den letzten Matches. Warte, wie sie mich haben wollen, ne? Ja, jetzt verbrenne ich hier. Jetzt verbrenne ich hier einfach. Wow! Rein Torpedot! Oh mein Gott, easy peasy! Mal eben kurz ausgewichen, du Spackenalten! Jetzt kriegst du nochmal... Und ich hab ihn noch weggebombt. Jawohl! Wassereinbruch hab ich gemacht. Ist er schön in meine Torpeden nochmal reingebreddert. Ausgezeichnet. Alter, mach mal nie an auf den hier, ey! Was ist denn hier mit dem? Ich ramm den jetzt weg, Alter. Ich fahr jetzt volles mit rein. Komm ran da, du Otto, ey! Wo ist die Nudel? Da! Bam! So, Motor kaputt. So, Mofi dat. Und danach gibt's einfach links und rechts die Schelle jetzt. Kannst du ja nicht ausdenken mit dem Lümmel, ey! Und direkt nochmal ein paar Schellen hinterher. Kommt gar nicht mehr an, meine Dinger. So. Ramm's! Gib ihm! Mit Fug und Recht! Wir haben ein Lenk unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Raumturm kritisch beschädigt. Alle Stationen in der Position eines strategischen Ziels. Loll, ich kann nicht mehr lenken. Ich komm nicht mehr rum, ey. Schade. Aber was ne krasse... Was ne krasse... Was ne ganz krasse andere Erfahrung vom Game, Alter. Was soll er machen? Jetzt kommen die Torpedos schon auf ihn. Und Rabams! Und der letzte Gnadenschuss. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Wer war das? Wer hat mich da aus dem Leben genommen? Wer hat mich denn da weggeballert? Der kam unerwartet. Der ist ja gestorben. Hab ihn. Schon wieder durchs Ego. Und dann auch im richtigen Moment die Torpedos raus. Zack, zack. Dann werden die erst scharf nach ner kurzen Zeit. Alter, von allen Seiten. Jetzt kriegt das aber hart. Boah! Den haben sie aber richtig auseinandergenommen. Da hinten ist auch noch einer. Ja, ja. Hier vorne geht's gleich richtig ab. Der fährt auf die Stadt zu. Du musst ein bisschen eindrehen. Hier vorne ein kleiner... Ja, da schieße ich schon drauf. Ja, perfekt. Überhaupt getroffen. Rennt. Ich nehme jetzt auch die Durchschlag-Simulation. Ah, okay. Ja, die macht mehr Schaden. Die andere ist mehr so explosionsmäßig. Ja, genau. Die steckt an, ne? Ja, ja. Und Durchschlag halt für... Aber guck mal, der opfert sich hier. Ah, das ist auch ein Bot. Na klar. Das ist ein Bot, der opfert sich. Der kriegt jetzt mal eine schöne Torpedo-Breitseite. Den können wir gleich wegschießen. Der ist gleich down. Und hier ist hoher Verkehr. Und rein wie die Torpeden. Oh, der schön. Schön, warst du das? Die Beam. Oh, hier ist ein Zerstörer bei mir. Ja, hab ihn. Der ist gar nicht so weit weg. Nee, der ist 2,5 Kilometer. Ja, bei mir 4. Boah, der wird aber zugebombt, Alter. Oh, der hat auch Torpedos. Ja. Jo. Fairlich. Ist aber gleich down. Aber der kriegt's auch hart. Da hinter uns ist noch einer. Hinter uns. Jo. Gib mal Vollgas, ey. Der will unseren Raum da entern. Aber dann muss ich erstmal nachladen jetzt, Jun. Oder fährt gegen die Insel. Nee, doch nicht. Knapp dran vorbei. Komm, schieß. Boah, nicht getroffen, Alter. Gibt's doch nicht. Doch, Zieltreffe. Das ist noch eine Art, das Nachladen dauert ja ewig, Alter. Jo. Jo. Komm, gib' ihm. Jetzt schön die Zitadelle. Bam, weggeklatscht. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Direkt raufziehen. Geht doch. Nee. Volle Breitseite. Aber noch sieht's ganz gut aus. Ich war jetzt direkt zu Dings. So zum Zielpunkt einnehmen. Hey, der ist zu weit weg. Der ist auch zu weit weg. Alle zu weit weg. Auch zum Zielpunkt. Volle Kanne. Komm, triff doch mal rein, naja. Zehn Kilometer. Den könnten wir anschließen hier. Jawohl, zerstört. Die Führung übernommen. Dritten Kahn weggebollert. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Machen wir erstmal den Angelfranken weg. Oh, oh, ich hab Feuer. Nee, na, auf das her. Und dann, der schießt hier auf mich. Ich glaub, das ist der Angelfranke. Der bekriegt. Oh, hinter uns. Von rechts schießen sie auch alle. Ach, hör doch mal auf. Von rechts, Alter. Wo kommen die denn her? Oh, oh Gott. Alter, Schwede. So war das nicht geplant, ey. Alter, Verwalter. So, jetzt voll breit seid ihr auf die Franken. Oh, die sind weg. Die haben sich gegenseitig gerammelt. Nur weil die das beste Bier haben, heißt das noch lange nicht, dass die hier einfach rumballern können. Die haben sich gegenseitig gerammelt. Gib ihm. Der ist gleich weg. Der ist gleich weg. Der ist gleich weg. Der Frankel, den sieht man schon gar nicht mehr. Der ist weg. So, so Mofi dat hier. Ja, noch ist er noch. Hinter der Insel. Aber der ist jetzt, ja, jetzt ist er weg. Ach, süß. So, drei Gegner noch. Drei Gegner. Geplatzt. Dahint, hinter der Insel. Porpedos, wo denn? Hinter der Insel. Oh, schnell weg alle. Aber eine trifft mich. Eine hat mich getroffen. Scheiße, ich laufe aus. Nö. Oder voll. Nö, voll. Aber es ist gleich Reparatur. Ich bringe gleich Reparatur-Triggern. Ah, direkt Wassereinbruch vor oben. Easy. Genau, am Arsch der Welt. Die gewinnen. Die gewinnen. Das schaffen wir nicht mehr. Ah, du machst das jetzt. Du drehst das Ganze einfach. Wo das Krokodil halt. Aber der steht da auch im Park. Da denke ich, ich sehe ihn nicht. Der steht ja nochmal weg. Dabei kommst du ja direkt aus der Hölle. Ah, jetzt fährt er rückwärts. Da hat mich gesehen, dass ich ihn gesehen habe. Ghost Ship, ja. Lol, mit dem grünen Rauch, Rauch. Und die Torpedos. Oh, Torpedos. Oh, nein. Es sind nur drei, die treffen. Oder vielleicht kommen sie zu kurz. Aber zwei Treffen. Zwei Treffen. Zwei. Na, Gorg. Du kannst auf, was war da, Tee, dich heilen, ne? Habe ich schon gemacht. Okay. Jetzt schießen sie alle auf mich. Oh, Alter. Ich habe aber richtig... ...richtige Breitseite gekriegt. Eine ganz eklige. Einfach mal 15.000 Leben weg. Von meinen 18. Und jetzt kommen sie wieder. Oh Gott, das war's. Schön. Alter, hier kommt ein Fallschirmspringer. Lol. Hier springt einer ab mit dem Fallschirm. Oh, die landet hier im Wasser. Ja, aus dem Flugzeug gerade abgeschossen worden. Wenn der Zinker sich warm geschossen hat, dann geht los. Dahinter ist Mendnor schon wieder. Hinter der... Hinter der... Hinter dem Berg. Aber wir nehmen erst mal C einen jetzt, ne? Oh Gott, wir sind dran. Einen Scheißdreck tust du. Da schießt einer da hinten. Das sieht nicht gut aus. Jawohl. Ah, Mendnor kommt. Oh ja, Marjana. Betroffen. Nicht schlecht. Erstmal wieder hinten dran stecken hier. Der Marketingchef kommt. Ja, jetzt gibt es erstmal Feuer wieder. Ey, Marketing. Sooo, lügt der Lachs. Jetzt schießen sie alle auf mich. Was war denn das? Aber ich muss noch schnell weg. Ich glaube, ich glaube, äh... Ich glaube, ähm... Dein Schiff pfeift. Feueramt hat heimgespielt. Ach. Keine Zeit für sowas. Ich muss Diablo zocken. Feierabend ist eigentlich Profi hier, weißt? Hat schon drei Accounts. Schon alle Panzer freigeschaltet. Äh, alle Schiffen freigeschaltet. Ja. Mit dem Marketing-Account. Boah, jetzt kommt der Outlaw. Ja, jetzt ist vor allem der heiße Kampf um A, ne? Ja, C haben wir schon mal eingenommen. Achtung. Ja, noch. Da kommt Feierabend. Jetzt kriegt der volle Breitseite. Oh, ich krieg aber auch volle Breitseite. Das geht fleißig ab. Eine zweite Torpedo. Oh, ekelhafte Torpedos. Mh. Sehr unangenehm, diese Torpedos, muss ich sagen. Hast du die abgeworfen? Nein. Kannst du Torpedos abwärts? Ja, na klar. Ja, feierabend ist gleich down. Das kann sein, ja. Aber vorher nehme ich dich noch mit. Ich zünde dich noch mal schnell an. Aber ich auch. Ich auch. Feierabend ist gleich down. Feierabend ist gleich down. Feuer. Feuer frei. Gib Gubi. Volle Breitseite. Volle Breitseite. Gib ihm. Jawollski. Aber ich hab's ja gut mitgenommen, ey. Nochmal schnell den einen kleinen hier rausnehmen. Er hat mich versenkt. Drank noch. Nehmen wir auch noch mit. So. So, Mokvidat. Der zieht richtig hart durch, ne? Der zieht hart durch, sagt er. Gebe ihm. Pixel-Fan kriegt auch noch einen drauf. Komm, Pixel-Fan. Ah, schade. Der Torpedo hat nicht mehr gereicht, ey. Das ist aber schade. Wir haben verbrochen. Wieso das denn? Oh, das kam aber überraschend jetzt, ey. Wegen der Zeit. Wegen der Zeit. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Nein, wir haben wegen der Zeit verloren. Alter, ich hab richtig Schnee am Deck, ey. Geil, ne? Einfach komplett eingefroren hier. Ich bin auch schnell als Kapitän ausgestiegen, haben Schneemann gebracht. Das ist ja nämlich das Letzte, was du siehst, wenn meine Kanonen auf dich feuern. Wenn du zwei Kilometer von mir entfernt. Der grinsende Schneemann, ne? Ja. Ich mag das ja nicht, ne? Das ist alles eingefroren, da musst du erst mal die Fenster befreien, alles wegkratzen, ey. Ja, oh, stell mal vor, morgens um sechs zur Arbeit, muss das alles freikratzen. Ja. Aber dafür siehst du halt Nordlichter, ne? Das hast natürlich dann einen schönen Vorteil. Das ist nett, ja. Das stimmt, ja. Ne, dann lieber morgens um elf zur Arbeit und ein Video machen, ohne Eiskratzen. Nicht gut. Der schießt sogar schon. Oh, der HSV-Rambo, Alter. Drückt er mir aber auch ein ekelhaftes Brett. Kannst du dir auch nicht ausdenken, Alter. Mann, 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 Mann. Erstmal muss ich ihn anzünden, ne? Oh Gott, jetzt kommen sie von allen Seiten. Riddick ist da. Achtung, Riddick ist da. Nicht gut. Uff. Oh, das ist schlecht. Oh, ich stehe hier ganz schlecht. Oh. Oh, Android hat andere Sorgen. Der Ziel ist draußen. Ne, ne? Oh, Riddick ist da mein Lieblingsgegner. Der schleift sich an. Ja, der gibt dir jetzt nämlich hart, ey. Das lässt er sich nicht für fallen, ey. Ja, der war nicht angefahren. Rakira ist da nämlich auch noch. Riddick kommt nämlich immer nicht alleine, ja. Da kommt da seine Glüder dabei. Das ist gut, ey. Die Riddick-Gang. So, Android erstmal nochmal schön einen reingedrückt. Oh, das ist nicht gut, ey. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ne. Na gut, du bist ja die ganze Zeit da in einem Rettungsring drin. Ja, ich find's halt auch nicht in Ordnung, aber. Soll ich machen. Ja, du musst mal raus und mal supporten, ey. Da haben wir hinten, oh, steht da vorne. Ja, der killt jetzt den Android. Leider. Aber da ist A und G sein U-Großvater. Ja, der killt dich. Ja, dann soll er rankommen, ja. Eins gegen eins. So, jetzt schießen wir dich erstmal in Brand, ne? Mach mal. Ja. Moinsinn. Moin. So, da brennt er schon. Siehste, so geht das. So, so, Moin wieder. Mach mal den zweiten Brand, sonst bringt er doch nichts. Ja, kommt ja jetzt gleich. Kaum ein Brand muss noch. Ein Brand muss noch. Siehste, jetzt kommen erstmal die Torpedos, schön auf die drauf. Bam, Alter, knallhart. Volle Breitseite. So, einfach ausgewichen. Alter Schweden. Guck mal, von allen Seiten, Konstant, Torpedos, alles. Knick, knack, schnick, schnack. Einfach auseinandergenommen, Alter. Einfach komplett. Einfach auseinandergenommen. Ist aber unfair. Ist aber auch ein bisschen unfair. Diesmal haben wir Hardtrack-Kack. Naja, geht. Sarah, mach das jetzt. Ah, vielleicht doch nicht. So, HSV-Ramburg erstmal anstecken. Ne, da drückt er mir aber auch einen rein, ne? Über 15 Minuten reicht eigentlich vollkommen aus, finde ich. Jo, finde ich auch. Das passt doch gut. So, danach auf jeden Fall für mich dazu. Jo. Also eine Runde noch, dann bin ich raus. Ja, ja. 15 Minuten, dann kann man sich über die Zeit retten. Ich glaube, ich gehe nochmal Shen-Bürstchen essen. Das dauert ja ja noch ein bisschen, ne? Bam, dann nimmt er mich raus. Ah, kurz vor Ende hat er dich noch rausgenommen. Hat er mich noch rausgenommen, Alter. Das war aber auch wirklich seine Mission heute, ne? Oh, es gibt gleich wieder hart auf die Backen, ne? Das ist die Ruhe vor dem Sturm, ne? Ja. Oh, wer ist denn da hinten? Heurika. Marketing? Ne. Morgen. Da haben wir uns gefunden, aber, ne? Ja, dann zünden wir dich auch erstmal an, wa? Da schieße ich doch einfach mal. Nö, ja, halt mal drauf. Du hast ja noch nicht mal alle Kanonen in meine Richtung. Fährst du schon zurück? Machst du Rückwärtsgang, oder was? Ne, ich war zu weit vorne. Naja, das stimmt. Erstmal Torpedos in deine Richtung hier, soo, volle Breitseide. Ein bisschen mal so um die Insel rum, weißt du? Mhm. Ich muss da nochmal ein bisschen besser positionieren. Jo, ich zünde dich erst nochmal an. Alles klar. Gut. Torpedo-Alarm. Naja, überall, ja. Die stecken sich hinter den Inseln, ne? Naja, das können sie am besten. Und dann kommen sie auf einmal raus, ne? Mit drei Mann. Und gehen alle auf den Marketing. Ja, das ist der Name halt, ne? Alles nur wegen dem Namen. Ist auch eigentlich egal, wie der Name ist. Voll drauf. Oh, Riddell kommt. Oh, jetzt kommen auch noch die Flugtorpedos. Oh, Marketing-Chef, kommt die da. Torpedos. Ja, Riddell kommt man. Okay, die sind sehr gnädig rund ausgelassen, die Torpedos. Oh. Alles daneben. Das war nicht clever. Ne. Aber Hilde kommt mir zur Hilfe. Oh. Oh. Das ist ja euer Flugzeugträger auch. Das ist ja praktisch, ja? Ich decke den da hinten so ein bisschen. Hm, jo. Danke auch für deinen Follow. Er will Angriff auf den Flugzeugträger machen. Ne, ne? Wer macht so weiter? Feuer Alarm. Achtung, noch mal ein bisschen. So. Alter, alter, alter. Aufpassen, aufpassen. Vorsichtig hier. Oh, wo kommen die denn her? Die Torpedos. Ne. Ui. Aber ich hab dir noch mal ein bisschen einrein. Hast du mir noch mal ein reingelegt? Da muss ich jetzt aber schnell weg, ey. Aber unser Flugzeugträger geht vielleicht dauernd. Bevor der HSV-Rambo mich kaputt macht wieder. Was macht ihr denn mit HSV-Rambo? Ich weiß gar nicht, wo der ist, der Lümmel. Lass den Mann, Ruhe da hinten. Ich bewundere hier einfach nur gerade die wunderschöne Grafik. Geil, die Grafik mit dem Wasser und so. Ja, ja. Wieso dein Schiff gerade untergeht hier im Sonnenaufgang. Ne, ich wurde von irgendwas beschossen. Ach, vom Flugzeug. Und bestimmt auch noch aufgedeckt. Direkt mal wenden, naja. Ich gucke einfach, wie er noch drei Kills macht mit euch. Hm. Einfach, weil er es kann. Ja, ja, ja. Hat er noch drei Minuten Zeit. Ja, drei Minuten für drei Kills. Ach, guck mal, da ist er ja. HSV-Rambo. Ne, ne, da ist er gar nicht. So HSV-Rambo, jetzt machst du ihn weg einfach so. Mach ihn einfach weg. Bist du da, zack. Ja. Hohlenbrand gesteckt. Nicht schlecht. Einfach Hohlenbrand gesteckt. Ja, bei Sarah haut dir auch noch eine rein. Das kann sein, ja. Ja, aber da muss ich noch mal ganz ehrlich sagen, der Sieg von den Insgesamtgefechten geht natürlich deutlich an euch, ne? Alle, da werden mir hier fast die ganzen Torpedos reingejubelt, ne? Meine Torpedos hast du, ja, bei mir hast du die Torpedos reingejubelt. Jetzt kommen wir erst mal meine Torpedos auf HSV-Rambo. Komplette Breitseite. Ich sehe die noch nicht. Ich sehe die noch nicht. Wie? Kommen die nicht an, oder? Weit weg, zwölf Kilometer. Ah, zwölf Kilometer, Leerumlarum. Sag, alle, alle daneben, Alter. Da kommen sie doch, alle daneben. Ah. Sarah nimmt jetzt erstmal Reddick raus, aber Sarah kriegt auch Angriff mit Torpedos. Ja, von allen Seiten, ne? Wenn er trifft, einen trifft. Zack, Wassereinbruch. Ein Torpedos drin, ja, ein Torpedos drin. Was macht HSV-Rambo? Abhauen. Fährt runter in die zweite Liga. Alles klar. Ich bin erstmal raus hier. Ich gehe auch erstmal aus dem Discord raus, ne? Genau. Wir schnacken dann nochmal, ne? Bis denn. Tschüss, tschüss. Danke fürs Mitmachen. Joa. Reich für heute? Oder sollen wir nochmal irgendwie eine Runde? Jetzt sind wir da erstmal raus. Ne, eigentlich wäre jetzt die nächste Runde einfach nur noch zu dritt dann, ne? Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir da nicht nochmal irgendwie, ob wir das nochmal irgendwann hinkriegen. Ähm, vielleicht macht ihr auch, ähm, Wargaming nochmal eine Aktion, wäre halt cool. Und dann finden wir bestimmt auch nochmal einen Termin. Das war das. Zusammen nochmal irgendwie hinkriegen. Ihr Lümmels. Und dann könnt ihr euch noch drinnen jahauen. Gude! Tschüss. 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 Tschüss.